François-Étienne Christophe Kellermann, auch de Kellermann I. Herzog von Vermy, war ein französischer General, Père und Marschall von Frankreich. Familie Kellermann entstammte einer sächsischen Familie, die sich lange vor seiner Geburt in Straßburg angesiedelt hatte und in den Adelsstand erhoben worden war. Sein Vater war Christophe Edler von Kellermann und seine Mutter die schlesisch-sächsische Baronin Marie-Marie-Marc-Allen von Dürn. Sein Urheim war der berühmte sächsische General und Kriegsminister Georg Karl Freiherr von Deyern. Um 1769 heiratete er Marquise Marianne de Babel-Marboys, eine Schwester von François-Babel-Marboys. Aus der Ehe mit ihr stammte der einzige Sohn François-Étienne de Kellermann, zweiter Herzog von Vermy. Kellermanns Nachfahren starb einem Mannesstamm in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts aus. Leben Er trat 1752 als Freiwilliger in ein französisches Husarenregiment ein. 1756 wurde er Leutnant in Volontaires d'Alsas. Im Siebenjährigen Krieg-Krieg kämpfte er in Hannover und Westfalen und konnte sich 1759 bei Bergen und Friedberg auszeichnen. 1763 wurde er Kapitän in der Legion des Konflans und 1771 Ritter des St. Ludwig-Hordens. In Ludwigs XV. polnischer Expedition von 1771 organisierte er die polnische Kavalerie und 1772 kam er als Mestre de Camp Lieutenant nach Frankreich zurück. 1784 wurde er Mestre de Camp im Regiment Kolonne General Hussats und hatte 1788 bereits den Rang eines Marschall de Camp erreicht. Er schloss sich der Revolution an und erhielt 1792 an Lugners Stelle das Kommando über die Mosel-Armee. Vor den angreifenden Preußen zog er sich bis zu den Argonen zurück. Vereinigte sich am 19. September mit Dumaits und lieferte dem Feind dann am 20. September die berühmte Kanonade bei Velmi. Die zwar unentschieden blieb, die Preußen aber trotzdem zum Rückzug aus der Champagne veranlasste. Von Velmi ging nach Goethes Worten eine neue Epoche der Weltgeschichte aus. Napoleon erhob Kellermann 1804 zum Herzog von Velmi. Nach dem Ende des Feldzugs wurde Kellermann unter Castines Kommando gestellt und von diesem beschuldigt, dessen Operationen am Rhein nicht genügend zu unterstützen. Vor dem Tribunal des Nationalkonvents in Paris wurde er aber freigesprochen und an die Spitze der Armee der Alpen und Italiens gesetzt. In dieser Position erwies er sich als sorgfältiger Kommandeur und ausgezeichneter Verwalter, fand aber wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Kurz danach erhielt er Anweisung, in Lyon den Aufstand gegen den Konvent niederzuschlagen. Unter der Anklage, die Belagerung Leins nicht energisch genug betrieben zu haben, wurde er 1793 verhaftet und 13 Monate lang arrestiert. Der Sturz Robisch Biers am 27. Juli 1794 brachte ihm die Freiheit zurück. Er wurde wieder in sein Kommando als Oberbefehlshaber der Alpenarmee eingesetzt und leistete gute Dienste bei der Verteidigung der südöstlichen Grenze gegen die Österreicher. Bis seine Armee 1797 mit der von General Bonaparte in Italien vereinigt wurde. Mit der Auflösung der Alpenarmee endete seine aktive Karriere als Armeeführer. Kellermann war jetzt 62 Jahre alt. Er wurde durch jüngere Generale ersetzt und ging als Senator in die Politik. Sein Organisationstalent und seine lange und weite Erfahrung machten ihn aber zu einem der wichtigsten Berater Napoleons. Er wurde regelmäßig für die Administration der Armee, die Kontrolle der Kommunikationslinien und das Kommando der Reservetruppen eingesetzt. 1797 wurde er beauftragt, die Gendarmerie zu organisieren und 1802 wurde er zum Offizier der Ehrenlegion und 1803 zu deren Präsidenten ernannt. Der entscheidende Anteil seines Sohnes am Sieg von Marengu brachte auch den Vater immer mehr in die Gunst des ersten Konsults. Der ihm die Senatorin würde und am 19. Mai 1804 den Titel Reichsmarschall verlieh. Während des Feldzugs von 1806 organisierte Kellermann die Nationalgarten am Oberrhein und 1809 führte er ein Observationscore an der Elbe. Nach der Schlacht bei Hanau erhielt er das Kommando über die bei Metz vereinigten Reservetruppen. 1814 schloss er sich Ludwig XVIII. an und votierte für die Absetzung des Kaisers. Ludwig ernannte ihn zum Kommissar für die Militärdivision Metz, verlieh ihm das Großkreuz des Ludwigsordens und ernannte ihn zum Pär des Reichs. Diese Würde behielt Kellermann, da er während der 100 Tage kein öffentliches Amt bekleidete, auch nach der zweiten Restauration. Er starb am 13. September 1820 in Paris. Seinem Willen gemäß wurde sein Herz unter dem ihm auf dem Schlachtfeld von Vermeer errichteten Obelisken beigesetzt. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Père-Lachaise in Paris. Ehrungen Sein Name ist am Triumphbogen in Paris in der 3. Spalte des nördlichen Pfeilers eingetragen. Ritter des Württembergischen Ordens des Goldenen Adlers Ritter des Württembergischen Ordens des Goldenen Adlers